So, wir sind heute in der Burgerzauberei. Das ist so ein Foodtruck, wo du angeblich richtig starke Burger bekommst. Jetzt haben sie gerade ihren Zwischenstopp. Gewerbe-Packstatt, glaube die Woche noch. Und sonst einfach auf der Homepage von ihnen, da findest du immer die aktuellen Standorte. So, da haben wir mal das gute Stück. Das ist ein Brio-Spann. Ja, genau so wie ich es mag. Also nicht allzu viel Käse, das Fleisch hat geil aus. Und ein Salat, ein bisschen Soße. Das, was wirklich zählt, ist im Endeffekt der Geschmack, oder? Ich mag es ein bisschen spannend machen. Der Chef steht da neben, der schaut. Ich finde, da ist die richtige Mischung aus Brot, Fleisch, nicht so viel Soße. Das Fleisch ist geil. Fleisch bekommen aus einem Familienbetrieb, aus Reisenberg. Vor allem die Soße, ist so eine Cocktailsoße. Und dann auch, genauso wie ich es mag, der Burger. Schaut euch das mal an. Leicht rosa. Leicht rosa, ja. Ich muss einmal noch kosten, damit ich ein richtiges Feedback auch abgeben kann. Der Burger schmeckt für mich richtig geil. Das, was ihr macht, macht es ja anscheinend richtig. Was macht die Burgerzauberei mit einem Satz aus? Die Burgerzauberei schießt die höchste Qualität und Frische. Beste Burger, oder? Beste Burger in Aufgeben.